hallo und herzlich willkommen ich bin mein Kameragall und willkommen zu meinem Gameplay auf den Kanal jetzt wieder noch in der Fortnite Battle Royale mit mir Solo ich wünsche euch viel Spaß let's go ja bitte ja so beer huh Jetzt geht's mal an. Das hat nur extrem lange Worte zum Laden. Jo. Das ist manchmal so. Boah, was sonst? Boing. Boing. So. Oh, da ist einer. Genau so. So ist es? Danke. Jetzt nix gefunden. Ich gehe später hoch. To-to-to-tomato-town. Healdstuff. Nein, werden die Leute schon haben, die töten. Außer wenn ich jetzt Mini-Schilder finden sollte. Ja, das ist gut. Wow Bam Okay Könnte in der Wüste enden Könnte aber auch nur Blüft 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 Ja, genau. Alles raus, was keine Miete zahlt. Hier, ballert doch eine. Okay. So, vorsichtig. Komm runter, da. Komm runter, da. Wenn wir zwei F-Granaten hätten. Huh? Huh? Okay. Jetzt ist sie ausgelockt. Warum auch immer. Gut. Wenn er sie ausloggt, dann hat er wohl noch was vor. Einen Schuss habe ich nicht gehört. Entweder hat er sich eher ausgelockt oder Internetprobleme. Das kann alles, alles Mögliche sein. Ah, Wüste endet das wieder mal nicht. Oh. Er drops. Könnte auch eine Falle sein. Aber ich hoffe mal nicht. Okay. 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 Alles klar. Eine Farmer. Jeder weiß, wie ich damit umgehen kann. Könnte eigentlich warten, um das Portal zu nutzen. Wüste auch. Oh. Wie gleich, wie viel, wie viel, wie viel, wie vor ihr... so mal gucken so Acht Leute, äh also sieben Leute gegner noch Du hast mein Dings kaputt gemacht du kleiner Wichse ich dachte ich krieg falsch an ja portal noch da ja 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 ich würde gerne gucken was sie hatte oder eher nachdem ich würde gerne mal meine Farme ich geh mal außen rum alles klar alles klar Ja, das geht gar nicht mehr. Geht gar nicht mehr? Woa 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 Wo 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.